Der schmutzige Scheidungsstreit mit seiner Ex-Frau Amber Heard hält Johnny Depp offenbar nicht davon ab, erneut vor den Traualter zu treten. Wie die britische Zeitung Daily Mail berichtet, ist der Schauspieler in die Russin Polina Glenn Mitte 20 verliebt. Die aus St. Petersburg stammende Go-Go-Tänzerin und Choreografin wurde in den vergangenen Monaten bereits einige Male an Depp's Seite gesehen. Zuletzt sah man sie im Mai 2018 knutschen vor einem Hotel in Belgrad, Serbien. Sie wusste nicht, wer er ist, kennengelernt hatten. Die beiden fuhr über einem Jahr auf einer Party in Los Angeles. Der Fluch der Karibikstar und Polina sollen sich auf Anhieb verstanden haben. Sie wusste nicht, wer er ist, als er sich auf einer Party bei ihr vorstellte. Als sie herausfand, wer er ist, war sie glücklich, verriet eine Freundin gegenüber dem Blatt. Polina ist bei ihm eingezogen mittlerweile. Wohnt sie sogar bei ihm. Sie ist sehr süß und talentiert, besucht Tanzkurse und kommt dann wieder in sein Haus zurück. Ich glaube nicht, dass jemand weiß, dass sie dort wohnt, verrät die anonyme Quelle weiter. Außerdem plant Depp, sie zu heiraten. Polina sagt, dass sie heiraten werden. Sie sind sehr verliebt und er will auch nach Russland, um ihre Eltern kennenzulernen. Die Ex-Freundinnen von Johnny Depp Die Ex-Freundinnen von Johnny Depp Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at Das könnte sie auch interessieren. Jetzt kommentieren, Kommentar lesen, lm, let's block, et's. Die Ex-Freundinnen von Johnny Depp